we made a choice ja und willkommen mein name ist dann die röpe und ich begrüße euch zurück zu let's play rock star in der letzten folge haben wir die story fortgesetzt wie sonst auch über uns jetzt hier gerade hier mit sonntag welcher sich als böse bösewicht hier herausgestellt hatten wir haben letzten folge gegen argentino ist er glaube ich jetzt gibt es so viele charaktere die mit a beginnende agenti ist denn da gibt es nicht argentino wir haben agentin argentin da war jetzt ne leute gacha ist heute nämlich heute schon vor ein paar tagen rausgekommen und zwar von boot herr kommand er ist jetzt hier der gacha ich weiß doch nicht ich kann mir definitiv leisten seine gacha auch zu spielen weil ich ihn auch cool finde aber ich muss immer noch genau genug punkte übrig haben für glühwürmchen welche danach kommen wird aber da bräuchte ich doch ungefähr 28 1000 was mehr als genug ist er solange ich nicht mehr als das ausgebe ist als ok aber was machen wir noch nicht jetzt aber noch nicht heute machen wir so irgendwann kurz bevor die gacha irgendwie zu ende geht dann überlege ich ob ich noch ein bisschen hier gacha werden aber erst mal machen wir nichts damit wir tun uns erst mal hier um die story man ja sonntag hat sich ausgestellt dass er ganz böser schuft ist und er hat welt und robbing gekidnappt sucht wie ich da verstanden habe und jetzt stellt er uns hier ein paar fragen wo wir darauf antworten sollen ich weiß nicht genau was die das ergebnis sein wird wenn wir das alles machen aber guck mal mal mit meinen leuten reden der letzte frage noch mal genau da war so ein typ er erzählt uns hier einige geschichten aus seiner vergangenheit was er so erlebt hat und fragt uns was für die entscheidung wir treffen würden hier war die letzte frage da war so ein typ der ist irgendwie jetzt glaube ich seine familie oder seine kinder hier in sklaverei geschickt und wollte ja nach pedagogik gehen um das große geld zu machen und die haben wieder freikaufen und besseres leben zu geben dann ist er zu sonntag gegangen welcher jeden so ein beichtstuhl saß und hat gesagt er soll die blut und der welche ihn verfolgen davon abhalten ihn zu verfolgen und wir sollen jetzt entscheiden ob wir das machen sollen ob wir ihn von dem blut und beschützen sollen oder ob wir ihn hier einfach nichts tun wer nichts tun lassen und einfach alles sein lauf lassen sollen sein lauf lassen gehen sollen und ja wir reden dass man mit unseren verbunden letzten mal haben die irgendwie gesagt das war sollten wir entscheiden ob wir einen käfig bauen sollen für einen kleinen vogel und alle meine verbündeten haben glaube ich gesagt nein wir wollen käfig bauen ich habe mich gelaufen andere entschieden aber schau wie hat die abläuft da sagst du dir zu im meckor das war kurz meine nase putzen so früh doch ist das ist normal weil ich so abends wenn ich auf lebe ich habe mich dagegen meinen meine verbündeten hier steckt so frieden so was ist mit den kindern mit den kindern entscheide ich mich denn ich habe immer die tun immer nur eine sache erwähnen und ich kann dann weder den zustimmen oder nicht aber anscheinend nicht was würde ich machen ich würde sagen die sollten aufhören zu verfolgen die immer noch nicht so nicht mit den anderen teilen sagte immer anderes steht ja ich würde das sagen weil da besteht vielleicht nur hoffen und hat irgendwie weil nicht die kinder gerettet werden können von dem und hier ist irgendwie weil ich festgenommen und seine kinder sind weg hätte also bestelle ich mir vor deswegen gehen wir hier auf hier kann man nicht hier kann er vielleicht so herausfinden die situation irgendwie zu drehen zu retten und hier ist einfach nur er wird gefangen genommen und es ist vorbei deswegen gehe ich hier wird so eine familie die blut und davon zu überzeugen ihren hat es einsteigen damit der traum gas in frieden leben und seine träume wirklich kann diese entscheidung treffen ok herausgefunden was er ja er hat auch sich entschlossen zu beschützen es ist dass ich mich belohne betrogen dafür moralisches dilemma willst du mir sagen so alle unsere entscheidungen haben konsequenzen nämlich ein kreier aus lights of the old republic 2 wenn man ja die wahl hat hier diesen bettler irgendwie geld zu geben oder nicht und wortwörtlich man kann man kann sich entscheiden ob man den geld gibt oder nicht wenn man denn nicht geld gibt dann aber kommt der bettler angst und wird irgendwie von jemand anderen getötet und wenn man den bettler geld gibt dann wird er getötet und das geld hat man gegeben hat wird den abgenommen also egal was man macht weil es immer der böse mit irgendwie voll schlecht gerät von kreier so dass ich gar nicht mehr erinnerung so was hier gegen Ich habe gesagt, dass ich die Geschichte von der Frau geschrieben habe, aber es war die Geschichte von der Frau. Ich habe die Geschichte von der Frau geschrieben, die in den ganzen Weltkrieg erinnert, und die Geschichte von der Frau, die sie zu verabschieden haben. Und ich habe mich gefragt, ob die Geschichte von der Frau mit dem Gespräch zu sprechen, und ich habe mich gefragt, dass es mir gedacht, dass ich mich daran erinnert. Äh? sie ist direkt hinter dir warum gibt es so viele planeten die mit acht enden ich weiß es ist es Das war's für mich. Und dann hat sie ein Attentäter verprügelt. Ah, hier habe ich mir schon gedacht, ne? Hat sie dadurch ihre Stimme verloren? Ich habe gerade so gedacht. Ich habe gerade so gedacht, dass sie die Stimme verloren haben. ich war gar nicht aufgefallen Das war glücklich. meine entscheidung wie einfluss haben vielleicht ein anderes archiv schmuck das ding wollte schon sagen sie hat doch irgendwie nicht irgendwie irgendwas ich sehe da keine narbe oder in gewalt ihre ihre nackenmuskeln wird er jetzt nicht irgendwie voll die gleich hinten irgendwie so eine ahnung wird jetzt nicht sagen hat irgendwie jetzt hier und elaborate elaborate jetzt irgendwie auffällige halsschmuck trägt oder irgendwie soll okay ja ist das der grund warum er sich von der harmonie abgewendet hat eine anspielung an honka impact fährt ich glaube da ich habe die frage ist irgendwie einfach zu beantworten nachdem man weiß wie robin sich über die ganze situation führt ansonsten bringt jetzt nicht irgendwie zu sagen so macht das nicht mehr oder macht also geben wir alle gar keine antworten ich darauf antworten soll vielleicht diese frage beantworten ich brauche mehr kontext nur jetzt nicht irgendwie sagen so ich mache das ich mache das muss das erst mal wissen war traurig dazu zu sagen man sagt dazu habe ich will den vogel freilassen frage schon karl ich würde ich würde sie weiter weil ich würde jetzt meinen sie wird sich nicht davon abhalten lassen und wird einfach weitermachen deswegen würde ich sagen ja gerade die virus deswegen würde ich sagen wir unterstützen sehen möchtest du eine wahl treffen diese entscheidung treffen jetzt geht auf uns los verließe mal so weibs von dragon ball super dass wir erwartet dass harmonie immer nur friedlich und harmonie voll ist auch ja das ist schon ein bisschen irreführend das ist schon ein bisschen Es ist nicht so, sondern es ist für einen absoluten Sinn, der Menschen zu leben. Was ist das für Sie? Das ist eine gute Frage. es das spiel soll wie als würde wie mehrere religionen aufeinander treffen ich habe das gefühl ein belroy wir nennen das fort mag er jetzt schon nicht ein unendlich Sokyo ich werde der sonntag seien in diesem wochen Prediger Ja der warum müssen wir fünf tage arbeiten das voll warum nicht die hälfte rum direkt fünf tage von sieben Stört Wer hat erfunden Nichts an der ist auch Mich schickt Das ist die Frage. Das ist das Wichtigste, was ich in der Welt gewünschte Eindrüstung. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Hotaru. Wenn du das Wichtigste, was das Wichtigste bedeutet? Ich weiß nicht, wie sixty, dass ich es gar nicht so gut gut. Es gibt irgendwie alles so. Wie heißt das? Ich weiß nicht, dass ich es nicht so gut, Es ist nur ein, was ich, als ich selbst, der永遠 gegründet ist. Wenn man die Welt für die Menschen hält, bis diese Welt zu Ende ist, dann muss man sich selbst sein. Verwärts? Das heißt, dass die Welt auch ein夢 ist? Ich finde das, was ich? Das ist doch, was ich sagen, es bedeutet, dass ich mich auf die Welt zu verlassen bin? Ich bin nicht zu verlassen, sondern zu verlassen. Wenn ich dir das, was ich zu verlassen, was ich zu einem kleinen Schlimm ausprobieren will, dann muss ich das nicht so gut machen. ich denke ich weiß nicht boden ja gleich eine sichtweisen treffe aufeinander ich habe Ich würde mich überhaupt nicht mehr überlegen, was ich als eine emmenetweise Vorbilder an. Ich bin einfach so ein Mensch aufgewachsen. Nein, ich bin ein Mensch. Aber ich bin außer dir, nicht nur anders, auf mein einzig. Ich bin der速steig. Ich bin der立t von einem eigenen Wissen. Ich bin auf dem Steig. Ich glaube, es ist ein Recht. Ich weiß, dass die Schmerzen der Schmerzen ist. Aber wer ist der Schmerzen? Das ist nicht das andere. Ich bin auch der Schmerzen der Schmerzen. Ich denke, ich bin der Schmerzen. Ich weiß, wenn ich mich immer anschließe. Es gab einen Pass auf. Boah, jetzt gehen wir noch irgendwo anders hin. Ich will mal gegen den Typen kämpfen. Da kommt doch so ein Kampf mit dem Typen. Ich verweise in dieses komische Ding, was ich hier in den Event-Bildschirm sehe. Ich versuche, dass die Geist, die an dem Niemals-Bildschirm des Sonnen wert ist. Die Geist wie die Ausbildung in den Pokémon-Bildschirm sind. Hier ist das Corona-Bildschirm. Das ist der Schmerzen des Anwaltes. Das ist das Corona-Bildschirm. Ich lese mich rein. Ich lese mich rein. Ich lese mich an, dass ich in den Niemals-Bildschirm geschehen wollte. dass du diese große Kugeln hast, wenn du das Gefühl hast, wenn du nicht der Garten der Gartenstelle hast, was du nicht verwendet. Also hätte ich gedacht, dass du die Runden in der Hotel mit der Behandlung der Gefühle bei der Kugeln-Pinocchon-Pinocchon-Pinocchon-Pinocchon-Pinocchonfors kann sich das Problem in der Gartenstelle und ich will, das Problem wird. Ich habe dabei aber nicht ein paar Leute aber ich habe die Gartenstelle ich hab den noch nicht doch wartet habe ich wohl letztens mal wie konnte man ja sich zum versterne kaffee sterne charakter auswählen irgendwie bekannt vor ist ja nicht hier wo wir gegen den tod zum ersten mal gekämpft haben eigentlich mit dem ding ist halt immer noch umlaufen warum machen wir jetzt hier so ein flashback jetzt hierhin unsere antwort zurechtfertigen so dass ein neues gebiet ich dachte wir werden ja wieder in walten fehler oder eine menge schatztrugen glaube ich nennen er bei einem letzten gebiet okay da kann man wenigstens was neueste kunden nehmen wir werden vielleicht irgendwie immer gegen sonntag kämpfen heute oder so aber dann macht das spiel wieder so noch mehr dialoge full-on genshin impact modus wir haben gehört du magst du dialog also lass uns dir noch mehr und mehr und mehr und mehr und mehr geben nächstes mal geht der diakon quest glaube ich wieder weiter der bock mich wieder auf 4 5 stunden ja vorbereiten für eine quest ich wahrscheinlich wieder sofort machen muss weil danach wieder irgendwie ein event kommt hat mich zwingt irgendwie erst mal die archon quest zu machen ich weiß ob er abläuft ich mich noch nicht ich schief mir ich gehe ich gehe ich gehe ich bin ich hab aber es gibt keine Ahnung. Ich habe in einem Dreamleaf gegründet, und das ist überhaupt nicht so gut. Das ist vielleicht nicht so gut. Ich habe keine Angst, Misha. Es gibt auch die Vergangenheit. Aber es ist nicht so gut, dass ich mich nicht verstanden habe. da ist nichts hier ist sie nicht mal schatz drohen gar nichts kein monster ich wusste es habe ich letztens gesagt habe ich da nicht letztens gesagt dass er irgendwie verwandt mit ihm ist weil die gleiche haarfarbe hat wie er spiel hast du eigentlich ich kenne michael ich habe ich habe ich habe ich habe es 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 mich hat einfach schon vorher irgendwie vorausgesagt hat er verwandt ist mit ihm einfach nur weil er gleiche hafa leute können ich die gleiche haa farbe haben ohne verwandt zu sagen dann schau wo du gelandet bist so naiv gott weil ich falsch schreckte hier voll ins ohr geflüstert gerade musik echte origami für diese ründlichen spiegel vielleicht sehen sie für dich alle gleich aus naja doch ist auch matrose Ich bin ein paar Wochen im Wasser, und bin in der Nähe des Fluss. Ich bin ein paar Tage lang, als ich es in der Gefahr umgelegenheit bin, der Klockboy schießt, sich mit allen in die richtige Richtung zu kommen. Das ist ein tolles Spiel. Aber wenn ich die Analyse in Pinocchon-Pinocchon-Pinocchon-Pinocchon-Pinocchon-Pinocchon-Pinocchon-Pinocchon-Pinocchon, sind immer in der Dreibe-Town-Pinocchon-Pinocchon-Pinocchon-Pinocchon-Pinocchon-Pinocchon-Pinocchon-Pinocchon-Pinocchon. Ah, sicherlich. Das ist falsch. In meinem Erinnerung, dass die Klockboy auf der Endeffekte, auf der ganzen Welt gekommen ist. Ich weiß nicht, dass die Klockboy nicht wissen, dass die Klockboy nicht wissen. die Originale Folgen von den Origami-Vögeln. hier diese cartoon form ich habe das ist nicht ein neues gebiet hier bin ich in der sphäre ich bin in der sphäre kam und da möchte ich irgendwo schätze finde oder so was ist da gar kein neuer ort zum ich habe mich noch nicht Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich dresdorf als wärst du stein alt was eingefroren in den eisblock im all wer weiß wie lange du da eingefroren war und du was nackt das war kann ich ja gleich mal zeigen da gab es mal so ein event da man spielen konnte da hat man irgendwie so ein bild davon bekommen wo sie im eisblock gefangen war da ist sozusagen ihr vergangenheit und alles was wir über märz wissen ich merke der hat schlüssel ich als pupillen die Ich weiß, dass ich mich als Mihail gehen kann, aber ich habe immer gesagt, dass ich mich nicht mehr so schnell bin, dass ich mich nicht mehr so schnell bin. Oh, ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr so schnell bin, dass ich mich nicht mehr so schnell bin. Untertitelung aufgrund der Audioqualität oderFrequentre dann soll es mal zum arzt gehen wir erklären jetzt hier mich das vergangenheit auch weil er kommt noch nicht mal vorher mit der konfrontation mit mit sonntag und wieder nach umschauen ja das ist schon immer so ein geheimen weg die man finden konnte oh Oh. Oh. Das war's für mich. Und Tic Toc Und Tic Toc das sind wir ist diese traum lase von ihm dann weil sie trauen blase von so einem trailblazer er war ein trailblazer er hat das könnte jeder zug seien da diese anderen zwei bläser gestorben sind den gräber wir besucht haben das war er muss man das war das war das war das war das war Ich habe das erste Mal gesagt, dass ich mich immer wieder zurückgebracht habe. Ich weiß nicht, dass es ein bisschen schwerer, aber ich habe gesagt, dass ich mich an den Halt zu zeigen. Wenn ich mich immer wieder zurückkehren, dann werde ich mich immer wieder zurückkehren. Und dann habe ich mich auch wieder gehört. Okay. 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 was war mit dem mädchen wieder auf kurs ich habe schon voll lange her was oh ich bin das für ihn zum letzten universum occurrence Das ist hier. Das ist mein Schraubbord. Während der Michael nach dem Hecht zurückgekehrt, der Wörter hat mir diese Arbeit und die Gäste, und das ist eine秘密gebiet. Hier habe ich gelernt, Ich habe die Zellen und die Schrauben verarbeitet. Ich bin der Kompass-Groß-Groß-Groß-Groß-Groß-Groß-Groß-Groß-Groß-Groß. Ich habe mit einem neuen Weltkrieg in den Kronen gefunden. Ich habe hier begonnen. das war ja geschrieben sie in einem videospiel weil es immer so ist jetzt ich weiß leider auch nichts gezeigt wir sind die auserwählen und die klocken namenloser schieße sich uns an der und pompom werden kampf für episch schweinchen wird hier noch habe ich mal aus dem event hier bekommen ich habe Das ist die Antwort, Mitsuki. Diese Träume ist ein Eurekaus. Das ist ein Eurekaus. Das ist ein Eurekaus. Das ist ein Eurekaus. Das ist wirklich ein Eurekaus. Das ist ein Eurekaus. Ich fühle mich an, und in der Nähe des Hang-Sens. Das ist eine Eurekaus. Der Motor hat dann noch eine Schlörmung. Das muss man dann andersherum. Was er, die heissen haben, Das bedeutet auch, dass er in der Nähe einer Ber¬ war. Ich bin ja im Gegenteil, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ich wahrscheinlich wieder nicht verstehen gar nichts es ist klar Ja, ich weiß nicht, was du bist, was du bist? was bringt uns jetzt das alles zu wissen warum haben wir hier so einen kleinen kleinen detour in die vergangenheit gemacht es ist Ich habe mich so vergessen, dass ich es nicht so vergessen bin... Ich habe keine Entschließung, dass ich mich verschleifte. Ich habe mich mit allen Eindruck gemacht. Aber ich habe mich nicht vergessen, dass ich mich als erster. Das war, dass ich mich mein Leben auf dem Weg habe. Ich glaube, dass ich mich nicht vergessen, dass ich mich als erster. Ich habe mich nicht vergessen, dass ich mir selber überrascht. Vielen Dank. Das war's für mich. es reicht um genug Ich habe mich mit meinem Freund geflogen, und habe mich für den ersten Pinnokonien gearbeitet. Ich habe mich für die Zukunft gespürt. Ich habe mich für die Zukunft gespürt. Ich habe mich für die Zukunft gespürt. Aber ich habe mich für die Zukunft gespürt. Wow. Ich weiß nicht, dass ich das Gefühl habe. Natürlich, dass ich diese Welt zurückkehren will, weil ich mich für jemanden gebetet habe. Aber das Entscheidende ist, dass ich es, dass ich es. Es ist nicht möglich, dass ich es, dass ich es nicht verletzen kann. Das war's für mich. das ist jetzt mal hut auf in diesen einbild kessinger zu genau bei stunden gleich also ich zwinge mich jetzt sofort ich will den trüben weiß aus das was ich gesagt habe ich bin dagegen ok da aber ich kann jetzt hier rausgehen dann war ich ja nicht komplett wenn wir die auswahl zu speichern beendet durch pausieren und speichern gilt das ist klar und dann würde ich sagen wir machen dann ja entscheidbar ob ich schicke das kann ich nur daraus wählen was wenn ich jetzt hier eingehen dann kann ich aber überspringen ich glaube jetzt nicht wieder von anfang an gehen wir schon sagen hätte ich hier schon wieder von anfang an ich sage ich beende partier in der nächsten folge geht es dann weiter mit ist doch ja dann gucken wir mal dann ziehen wir wahrscheinlich diesen coolen hut auf aber deswegen haben wir einen hut auf ja dann soll ich dankeschön für zuschauer ich hoffe ich hatte vorher gefallen wenn ihr hinterlasst einleitend ein kommentar das würde mich sehr freuen und dann sehe ich euch in der nächsten folge da schau schau und mit hotels ganz schadet wird vertagt also schau